Hey! Hey! Jetzt gehts los. Wir sind am Highway, wir starten. Ready for Jago, jetzt gehts los. Achtung fertig, und ab wie die Party! Es geht los! Wer es noch nicht gemerkt hat, wir sind dann jetzt bereits gestartet und von nun ab seid ihr auf euch allein gestellt. Jetzt guckt mich so. Da habt ihr euch so schön gemocht und jetzt sowas. Ihr habt euch wieder das allerschlimmste Gerät von allen ausgesucht. Richtig so. Das Ding hat mehrfach Preise gewonnen, mehrfach ausgezeichnet, von Fachjury ist ausgezeichnet und nicht weil die Frau am Steuer so gut aussieht. Achtung, fertig. Jetzt geht's los. Attention. Jetzt geht's los. In den siebten Himmel. Come fly with me, let's fly away. Jetzt geht's los. Hola chicas. Es ist aber auch ein Gerät. Schön, ne? Wir machen erstmal ganz gemütlich für alle Leute, die jetzt zum ersten Mal dabei sind, zum kennen und lieben Lernen des Gerätes erstmal 40 Meter und ab geht da. Jetzt geht's einmal um die Welt. Dann genießt es. Denn das, meine Lieben, das ist der angenehme Teil der Reise. Ah, Moment. Meine Korrektur an dieser Stelle. Das, meine Lieben, das war der angenehme Teil der Reise. Achtung, fertig, ready, steady, eins, sechs, sechs, eins, 20,000 Laufs. Na, hat's gekribbelt in der Magengegend? Das, meine Lieben, war das glitzekleine Kribbelt in der Magengegend. Ja, Moment. Ihr habt was anderes bestellt. Ihr wolltet den Magen durchbruch. Und den, den machen wir jetzt. Ich hole euch. Achtung, fertig. Das ist das Catch-Cut über euch. Das holt euch jetzt wieder ab. Und dann ziehen wir euch ganz nach oben. 85 Meter. Toi, toi, toi. Achtung, der Fisch ist wieder am Haken. Achtung, fertig. Und, nix passiert. Und, doch. Jetzt geht's los. Ready, steady, tschüss. 85 Meter. Da gehen sie dahin. Möge ein Eierlikörchen mit euch sein. Oder zwei. Jetzt geht's los. Ah, Chicas. Der höchste Transporter auf der Girodrucktower, der wird. Jetzt drehen wir ab, jetzt drehen wir durch, jetzt drehen wir auf. Da dringend ist ein Stuttgart. Nichts hält mich am Boden. Alles blass und grau. Er ist Magden im Aktul Nano. Wie ein Astめ Yammer. Ich seh die Welt noch hoch. Der Rest verlor's den Ball. Ich hab Zeit und momento in Rom. Wie ein Astめ Yammer. Wir haben uns so laut. Wir haben uns so laut. Oh Mensch, da müssen wir es eigentlich nachkassieren, ne? So ein Flug ins All kostet 50 Millionen. Ja, also mir könnte man ja 50 Millionen schenken und ich würde mich ins All fliegen. Allerdings würde ich auch kein Hangover fahren. Ist mir zu hoch. Ja, außerdem habe ich Hintergrundwissen. Wenn ihr zum Beispiel jetzt mal nach oben schaut und neigt den Kopf mal so 10 Grad nach links, na, nicht so viel, 10 Grad, merkt ihr, dann steht der Turm plötzlich kerzengerade. Das ist keine optische Täuschung. Das zum Beispiel war unser Aufbau-Team. Wisst ihr Bescheid, warum ich nicht mitfahre? Achtung, fertig. Es ist so ruhig geworden. Achtung, fertig. Ruhe kann auch ein bisschen Angst machen, ne? Achtung, fertig. Lass dich fahren, fühl dich frei, fühl dich. Fühl dich Spooky. Ich danke euch. Die Bügel öffnen sich dann automatisch. Vorne geht was? Die Bügel öffnen sich dann. Vielen Dank.